Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute geht es um Infiltrationseinsätze, auch ein Ding, was für euch fürs Farming später sehr wichtig wird. Für all die, die nicht wissen, was das ist, das sind diese Felder hier mit so einem Fragezeichen, Zonenaufklärungsmission. Und hier könnt ihr unter anderem amorphe Materialien finden, die sehr wichtig sind, um verschiedene Nachfahren zu farmen. Und hier ganz unten gibt es nochmal eine erfolgreiche Infiltration, Zusatzbelohnung. Und darum geht es heute, weil gestern hatte ich euch was zu Tresoren erzählt und Enzo heute um einen anderen Charakter und zwar Sharon. Sharon hat nämlich eine ganz besondere Fähigkeit, eine Assassine, die kann sich unsichtbar machen mit ihrer aktiven Tarnung. Und das braucht ihr, um in dieser Infiltration die zusätzliche Belohnung zu bekommen. Das hier zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt für Enzo. Für alle, die gestern das Video gesehen haben, Enzo braucht ihr, um Tresore vernünftig farmen zu können. Und amorphes Material 28 ist einer der einfachen amorphen Muster, um Enzo zu bekommen, beziehungsweise einen Teil davon. Und da gehen wir jetzt einmal hin und dann zeige ich euch, wie so eine Infiltration aussieht. Für alle, die noch kein Sharon haben, ihr könnt das Ganze hier auch machen, das zeige ich gleich noch. Für euch ist ganz wichtig, dieser Posten hier, dort könnt ihr nämlich die Infiltrationszeit um eine Minute erhöhen. Insgesamt gibt es in jedem Gebiet immer drei Stück davon und die werden immer zurückgesetzt, sobald ihr eine Infiltration durchgeführt habt. Das heißt auch für die Early Game Leute, wenn ihr etwas länger Zeit braucht in dieser Infiltration, dann könnt ihr die Zeit erhöhen mit diesen Dingern hier. Mit Sharon bin ich jetzt da und mit Sharon, die besiege ich mal eben, weil sonst nerven die, mit Sharon ist ganz wichtig, ihr müsst unbemerkt bleiben. Ihr müsst also hier den Stealth-Modus aktivieren. Da versuche ich einmal hier ranzugehen, ohne dass ich gesehen werde. Wenn ihr unbemerkt an dieses Lager gekommen seid, dann könnt ihr die Tarnung aktivieren von Sharon. Und unbemerkt diese Fässer, Truhen, Kisten, Zylinder, Dinger kaputt machen und das Lager quasi infiltrieren. Und wenn ihr es gemacht habt, erscheint ein Boss und alles, was ihr dann noch machen müsst, ist diesen Boss zu besiegen. Das Ganze natürlich innerhalb von einer Minute, das solltet ihr aber auf jeden Fall hinkriegen. Ansonsten, wenn ihr mehr Zeit braucht, wie gesagt, diese Türme aktivieren. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf der rechten Seite, würdet ihr es dann sehen, so einen Amorphismuster zu bekommen. Jetzt zeige ich das Ganze nochmal, ohne dass ihr Sharon habt. Das geht nämlich dann auch. Dann kriegt ihr zwar keine Zusatzbelohnung, aber die normale Belohnung. Da müsst ihr auch keine Tarnung machen, das könnt ihr mit jedem Charakter machen, den ihr wollt. Da rennt ihr einfach hier rein und schießt auf die Dinger ein, bis die kaputt sind. Da müsst ihr also nicht darauf achten, dass ihr nicht bemerkt werdet oder so. Macht die einfach kaputt, wartet bis der Boss kommt und besiegt wieder den Boss. Habt den gleichen Effekt, nur nicht diese Zusatzbelohnung. Jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, ey, was hat der Luda gemacht? Wenn ihr so eine Infiltration habt und das direkt an so einem Gate ist, dann könnt ihr einmal in das Gate gehen und wieder zurück. Und diese Abklingzeit, die ihr habt, wird sofort zurückgesetzt. Und wenn ihr dann hier zurück seid, dann ist der Timer wieder auf Null. Und ihr könnt das sofort wieder machen und müsst nicht diese doofen 5 Minuten warten. Also egal, ob ihr jetzt mit Sharon hier die Infiltration macht oder einfach alle schnell besiegt. Das könnt ihr dann machen, wie ihr lustig seid. Es gibt einzelne Infiltrationen, wo man bestimmte Amorphe Muster nur durch die Infiltration bekommt. Da müsst ihr dann ein bisschen schauen, was ihr genau haben wollt. Hier ist es relativ, ist nicht egal, ihr habt schon eine doppelte Chance auf die 28. Aber ihr kriegt die 28 normal und dann nochmal in der Infiltration die 28. Was ich auch oft gefragt werde, ist, wo man dann dieses Amorphe Muster überhaupt benutzen kann. Und das Amorphe Muster könnt ihr immer benutzen in dem Gebiet, wo ihr es auch bekommen habt. Das bedeutet, hier habe ich es in der Akna-Wüste bekommen. Da kann ich es auch in der Akna-Wüste öffnen. Ihr kennt das vielleicht von Endbossen. Bei den normalen Endbossen habt ihr ja auch hier diese Amorphen-Dinger. Und da könnt ihr die nicht einsetzen. Die könnt ihr wirklich nur in dem Gebiet einsetzen, wo ihr gerade seid. Und dafür gibt es solche Fusionsreaktor. Die kann man in dem Gebiet aufmachen. Dann kommt auch ein Boss, den müsst ihr besiegen. Und dann kommt wie gewohnt diese Kuppel, dieser Ball, wo ihr das Amorphe Muster dann ausgeben könnt. Jede Kuppel braucht unterschiedliche Materialien, um das aufzumachen. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Materialien. Das ist einmal organische Splitter, Monomere-Splitter, Polymer-Lehren-Splitter und anorganische Splitter. Und diese Splitter könnt ihr auch farmen. Auch wieder bei solchen roten Türmen. Die sehen dann so aus. Dort müsst ihr dann einmal hingehen. Und da steht auch immer bei, wie ihr die zerstören könnt. Hier zum Beispiel nur mit Elektro. Das wäre Sherman oder Bunny. Oder wie hier mit Feuer. Nur durch Feuerfertigkeiten. Das wäre zum Beispiel sowas wie Blair. Und dort kriegt ihr dann hier unten zum Beispiel vier organische Splitter und einen Monomer-Lehren-Splitter. Kleiner Tipp am Rande. Ich würde euch empfehlen, das erst auf schwer zu machen. Weil dort gibt es dreimal so viel pro Turm. Deswegen macht es auf jeden Fall auf schwer. Ich hoffe, das hat euch für die Infiltration geholfen. Wenn ihr nichts zu The First Descenten verpassen wollt, würde mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen. Sehr über ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und dann geht es auf jeden Fall. Und dann geht es auf jeden Fall. Und dann geht es auf jeden Fall.